Na dann machen wir mal weiter. Hier sind jetzt auf jeden Fall auch Fallen dabei. Ich hab wieder einen Ausgang für die Gegner zu sein. Ich verstand aber du hast ne Rätsel gefunden. Echt ja? Aber das ist kein Rätsel hier. Hast du, du kannst das öffnen? Ah ja hier sind die Waffe. Schieß den. Oh. Der Scheller hat gerade gedampft. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, wa? Maximal neun. Ne, weil man muss für einmal viermal drauf schießen. Ah das ist doof. Hm. Wieder total random. Aber da haben jetzt Punkte geleuchtet. Ja aber die leuchten, die leuchten immer wieder mal random Punkte. So der. Der Mittler. Okay Mittel. Glaub mit Mitte fängt es an. Ja. Mit normal Mitte. Okay. Manchmal hört es sofort auf. Also gibt es wahrscheinlich schon ne Reihenfolge. Aber ich denke er muss immer wieder neue Flammen kriegen. Ah. Okay. Mitte. Links. Mitte. Ah. Mitte. Also Mitte, links, Mitte ja. MLM. Links, Mitte, links. Okay aber da ist es egal. Wenn man nicht weitermacht, kann ich die immer wieder schießen. Mhm. Mitte, links, rechts vielleicht? Nein. Aber Mitte, links, Mitte und dann rechts? Vielleicht nicht. Oder ist rechts dann sofort fail, wenn du nach der zweiten Mitte. Keine Ahnung. Mitte, links, Mitte, links war es. Und dann endet es aber egal ob man Mitte schießt oder rechts schießt. Und links kann man unendlich oft schießen scheinbar. Ja. Bitte. Das ist ja merkwürdig. Deine Aufgabe. Ich habe das letzte unlösbare Rätsel gelöst. Ich zerstör mal ein paar Vasen. Ich muss definitiv damit anfangen. Mit der links, Mitte ist schon okay. Und mit der rechts. Und mit der rechts. Ah, wir können auch mit Mitte, zweimal Mitte hintereinander. Ja. Mitte, Mitte, links. Eine linke Kugel ist irgendwie buggy. Die linke Glocke. Okay. Der will nicht so richtig. Das geht nicht, okay. Oh, kratzt dann. Ne, der will nicht. Wenn jetzt zwei Flammen kriege ich eben nicht rausgelockt. Ding, 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 ding. Was ich noch machen muss, um zumindest das nächste Ding zu triggern. Hauptereignis. Ob es hier noch mehr Glocken gibt? Warte mal. Ja, vielleicht. Da dann drauf schießen wir ja auch nicht. Also zwei Momente hintereinander. Und dann geht es aber irgendwie nicht weiter. Aber das würde ja bedeuten, dass das links war egal. Es zählt generell nur die Mitte. Ah, war scheiße, oder? Ammo. Ammo. Na, lass uns erst mal kämpfen. Vielleicht kriegen wir danach einen Gedankenblitz. Hast du dich schön umgeschaut? Ja. Oben, geh mal, lauf mal den Weg hoch. Dort ist eine große Glocke, aber über der Glocke ist noch eine Katze. Schieß mal auf die Glocke. Ich glaube, dann geht es nämlich los. Oh, ich hätte über gedacht, dass man von hier oben vielleicht noch etwas anderes sieht, aber ja, ich kann das mal draufballern. Nö. Nix passiert. Nö. Na, hier unten war nichts. Nö. 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 Was? Nö. 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 Oh. Hinter mir sind auch welche. Oh, Tiberian ist bei mir. Wir haben schon wieder ein Herz. Ah, verdammt. Ich bin lauter. Da ich den. Komm, meine Uhr hier gezündet. Das Herz muss man noch killen. Ich werde dich in die Schwert und versuchen dich an den Scherken. Wo ist der Dude? Da ist er. Ah, wir können wirklich damage machen. Ich werde dein Körper aus dem Missenmast schlagen. die herzen kann man auch gut benutzen um die die explosion explosive kraft zu nutzen er singt er ist tot alles was er sagt klingt ein bisschen gesungen es ist nichts neues erschienen hat keine neuen glocken oder sowas ich ziemlich egal schießt du mal rechts drauf hast du dann ist auch eine keine ahnung und dann was weitermachen hier fällt nichts ein er wahrscheinlich nur geld und dann vorne mit sein katzen hat man ja eher mal irgendwo draußen ja die werden nicht hinter dem rätsel sein was müsste man wieder eine katze sein demnächst schon lang keine mehr nicht mehr wieder irgendwas komisch blaues so das ist eine aber ich glaube ich schon unten schon gesehen hatte da muss man vielleicht hier mit dem laser daran aber noch müsst ihr nicht aktiviert glasern erst mal nichts das ist der die abkürzung zum eingang ja hier oben geht es noch weiter zwei wege ja ich vermute hier ist der irgendwo ging es nämlich auch glaube ich wieder zurück vorsicht schatzhöhle mit gegner schatzhöhle das ist nicht mehr geld nein aber liegt noch an der ist nur moni wo ging es denn hier lang wo du es freigesprengt hat es auch stacheln fallen aber auch ein weg den wir noch nicht hatten vorher also hier ist nur ein schatzraum der mit dem anderen wieder zurückgeht hier bei mir am eingang hier ist doch hier sind noch gegner hier ist der anfangs ist er braucht sich zu mir kommen ist der kristall um anfang zu lasern da kann dort ein rätsel entdeckt also müssen wir da ja aber in der regel sieht man ja wenn man rechts entdeckt warum ist das weg was aktiviert ich habe das schon richtig war der kristall aber das ist wieder ausgegangen du machst das mit den kristallen grad ja der strahl ist wieder versiegt noch zwei kisten komm mal her hier ist noch eine ruhe für dich dran die gleiche die ich gerade schon bekommen habe und wie so ein rüstungsfluch musste ich mal an irgendeine werkbank und hier hattest du was aktiviert oder was okay der nächste kristall ist wieder leuchtend ja genau da habe ich das denn da drüben abgeschossen war der schon leuchtend der nicht glaube ich oder ich habe das ding abgeschossen rast hat schon wieder eine wohne die vampirismus aus das heißt mir ist heil edelstein so ich nehme mal an hoch geht es weiter na dann let's go da sieht auch noch kurz eine werkbank da will ich noch ganz kurz meine mein dings ran packen der toten sorgt dafür dass deine dass deine schüsse die rüstung ausgewählter ziele durchdringen let's go feuer und schnellfeuer mit jedem erledigt gegner töten äh heilen ziele durchdringen ja nicht verkehrt die rüstung zu durchdringen dann geht es nur hier oben lang let's go was ist noch ein anderer weg lang hast du den schon abgetan oder haben wir den gerade schon abgesucht da waren wir ja ja es war den kreis rundgang ich bin gleich hinter dir ich finde es immer lustig wie man mit seiner nahkampfattacke die gegner weg katapultiert wieder so eine komische türen das ist ein sackkastenraum naja war nicht dran ich würde gerade fahren wo wir hinlaufen piraten ja das ist ein sackkastenraum das ist ein piratenlodge so junge mann was hätten sie denn gern zu trinken ne bottle voll rum bitte rum ist leider aus wir haben nur bubble tea dann nehme ich bubble team tschüss so ausgelaufen achso deswegen tschüss ja ich lass dich einfach allein da drinnen ist kein ding da oben ist noch ein gegner ohne kopf tja hier ist ein buch auf der auf dem tisch der wollte dance da ist ein keyboard da oben ich nehme mal den trank mit nöo 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 ich jetzt also nicht mal auf den kopf schießen um auf die rüstung auf eine richtige angreifen zu können wenn wir jetzt diese rune haben aber die rüstung macht nur dass du dann den gegner der dahinter ist noch treffen kannst du dann nicht rüstungsdurchdringen ist eine rüstungsdurchdringung das heißt die rüstung ist egal für uns und nicht dass wir die gegner durchdringen so sollte das nicht sein aber für spiel auf jeden fall einen heiltrank was hast du strange begleit ich hab die zwei vor der 1 bekommen und du hast von dieses wraith gehabt der wraith oder so gab es auch noch was kann der boss gehen noch nicht sein weil wir noch nicht die die katzen herum hatten stimmt wo er weiß eigentlich diese stimme am radio hat sie hohen empfang ist schon mal seltsam und sie weiß genau sind warum ist das seltsam dahinten ist dann luftschacht dann so groß ist die höhe jetzt nicht oder wir sind jetzt nicht unter der höhe unter der erde da hinten ist es vorher haben wir noch vergessen eine war meistens direkt dort ich habe eine gehört hinter mir direkt hinter uns gespawnt die letzte muss ja dann hier irgendwo sein oder wir haben am anfang schon eine verkackt wird dann noch nicht weiter laufen an deiner stelle meint das ist weiter ja aber nicht ich komme gerne noch mal raus ich hätte gedacht da rechts wo du lang ist geht es weiter weil es am katzenraum vorbei geht dann ist noch genügend platz oder genügend zeit und raum dass wir die katze hier auch noch finden ein labyrinth ja ja da der gegner hier hauptsache wir treffen nicht die minotaurus am ende des labyrinths ganz cool wenn man einfach über die dinge rüber jumpen könnte dann laufen wir mal zusammen durch aber ein flammen werfer so wie sind symbole und und scaraberos und swings schreibt man es mal auf eine katze stehe pack mal dass er seit da oben ist scaraberos und pacman und aktiviert dann haben wir ja alle aber es fehlen noch zwei symbole flammenwerfer hier sind sie du stehst ja noch da das sind die letzten beiden kämpfen Und dann noch Pac-Man in Skarabeos. Also Stier, Pac-Man, Skarabe, Pac-Man, Pac-Man, Skarabeos. Es ist abend! Ich habe das Garten abendet. Diese Kiste ist noch so ein Rüstungsbrecher-Ding. Das habe ich schon gemacht. Jetzt auf einmal ballern, sonst alle mit Runen voll. Die alle Rüstungen haben, es ist vielleicht gar nicht verkehrt. Hier bei den Statuen ist ein Buch. Ich vermute, dass wir jetzt gleich das Ende haben. Ich glaube tatsächlich, dass sich das gerade fett lohnt mit der Rüstungsversprechung. Null, wie der einfach hochkatapultiert wurde. Du bist eingesperrt. Hier kommen ganz viele Gegner. Ja. Bei dir auch? Ja. Und meine Muni ist alle. Das ist bedauerlich. Hier waren nur drei Gegner vor euch. Ja, da bist du. Eine Abkürzung? Hier ist nur eine Kiste. Achso. Nimm du, ich habe wen. Ich habe mehr Geld. Skelette! Da liegt Geld auf der Kiste. Hier ist Muni, was du brauchst. Ja. Hier liegt auch noch Geld in der Wand. In der Wand. Hübsch 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 hübsch. Wann? Seeteki. Rechts Gegner erstmal. Hinter uns auch. Queens Barrel Regeln okay bekommen. Wahrscheinlich, weil ich ganz oft Nahkampf benutzt habe. Ach, das Buch hast du jetzt genommen. Die Kneppen war Seetekis Legende. Ich bin voll. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht wegen dem Trank. Ich habe nur ein paar Lebenspunkte verloren. Du bist richtig voll? Komplett voll, ja. Unermessliche Gefahren als Achievement bekommen. Ich möchte hier einen Tränk oder so saufen. Wir müssen aber wieder zurück zum Katzen rum, ne? Ja. Aber was denkst du, dass die... Dass man hätte die Katze holen und dann wieder zurücklaufen sollen? Ich vermute, wir kommen noch mal in den großen Raum, oder? Was denkst du? Die Ruinenstadt ist ja auf jeden Fall noch... Okay, warte mal. Ich glaube, das ist der erste da bei der Fackel. Vorsicht, hier kommen Gegner, wenn du falsch liegst, glaube ich. Ja. Vier Stück. Aber warte mal, ich glaube, da oben sagt uns welcher. Ja. Und das ganz rechts ist ja schon nicht mehr leuchtend, na? Das ist ganz rechts. Aber es ist schon falsch, wir müssen kurz verkacken und dann... ...nochmal von vorne. So, also angefangen mit dem... ...mit den Händen nach unten. ...dann der eine Hand rüber und dann der letzte. Ta-ta-ta. Ja, alles viel zu offiziell aus. Brauch nicht. Nimm du das Geld, was dir legt. Bist du da runtergejumpt? Bähähäh. Gesundheit. So, bitte wieder Raum, wo die Katze war. Ein Jumpscare. Er hat mich nicht erschrocken. Ist ja auch nicht. Hier muss unter uns die Katze gleich sein, oder? Ja, das ist es. Ein Jumpscare. 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 seelenkäfisch kann sich die kanon nicht mehr nutzen ich kann sie nicht an doch jetzt kann ich direkt in der mitte mit der kanone aber was hat es gemacht wenn wir einfach eingeschossen jetzt muss man ein stück weiterlaufen scheinbar macht ihr mit etwas herrliches kurz erspucken wir ok kamehameha ok hier ist ein feuerfaller runter schießen kann ich höre gegner wo sei aber meine uhr die reicht zu killen wie es scheint zum paralysieren sie ein bisschen platz zu verschaffen so ist hier vielleicht zu sein sie kommen schon wieder so farz hast du denn da hinten hat er geworben beim sehen kämpft jetzt zum zerstören darf da kommen wir her durch das war so klar ist das ein arsch er immer seine eigene mails gekillt explodiere die ganze die schützen zu kennen was ist bei uns und rüstung habe ich schon kaputt ganz viele genutzt habe aber leider benutzt ich komme hier alle hermann holy wiederbelebt ich muss noch einen neuen heil drank holen was wieder das land und alle gegner mit ulti weiter wie viele sind das kommen wir müssen runter zum haupteingang ich versuche die ganzen sniper die überstehen mal weg zu kennen wo sind die ganzen sniper ich sehe die gar nicht oben längst über mir der dicke wieder scheiße zu nahe eigene granate auf die eigene rate sollte man aufpassen so spielt man knicket aber nicht okay da bist du thanks jederzeit können wir den holen jetzt endlich mal killen alter schießt die ganze zeit eine volle salbe drauf wir müssen zum sehen käfig renn doch du volle stück das luftschuh hört uns auch nicht direkt da haben uns zwei relikte gefehlt nach die relikte sind das okay die scarabeen aber relikte als große kiste ja ja war zurück zur lobby was man da mal ich glaube du hast mittlerweile genug gold um die neue waffe zu kaufen glaube die lag bei 65.000 ich glaube ich nehme mal wieder den kampfwagen ansturm als amuletske statt meine seele in brand 60.000 weil die ist doch ganz cool wenn ich noch einen revolver kaufen kann ich auch nice den wesley revolver oder die maschinenpistolen lieber den revolver und die kann man sogar auch nur stein durch steine ausrüsten und nur die beiden die man sich kaufen konnte also die maschinenpistolen der revolver was haben wir noch schönes landmine loggranate die loggranate kostet aber mal 52.000 gold überhaupt nicht teuer und wie viel geld hast du denn 40 jetzt okay guck mal liebe freunde dann vielen dank bis zu sehen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bei strange brigade bis dahin leute ciao ciao ciao